so etwas verspätet sind wir wieder da das problem die arbeit die arbeit die arbeit aber wie gesagt tagesaufgabe muss da sein durchsuche im verlauf eines matchs eine truhe an verschiedenen benannten orten so das moment denke ich mal ich würde sagen trotzdem in gruppenkeile trotzdem auffüllen ein bisschen werbung machen vielleicht schon in deutschland bei mir guckt zu schrott ist deaktiviert so wie ihr seht acht zahlen stehen unten weil wir gerade am ladebildschirm sind die wer wisst ihr ladebildschirmzeit ist like zeit kommentierzeit wenn du noch kein abonnent bist gerne auch abonnieren das problem ist unten stehen acht zahlen eigentlich heißt das 80 abonnenten wurden erreicht die neunte zahl wird es leider erst bei 90 abonnenten geben heißt wir müssen ein wenig geduld haben aber wenn jeder abonniert dann dürfte es eigentlich doch wieder recht zügig gehen ich versuche euch ja immer wirklich alles hochzuladen was da ist wo fragen aufkommen können in dem sinne wenn ihr von mir hilfe bekommt helft mir doch einfach beim abo so jetzt gehen wir zu benannten orten ich würde sagen ich gehe direkt zu sunny steps runter da eine kiste öffnen und recht weiter geht weil das sind die ich zu sunny steps dann zu pressure plant und dann zu lazy lagoon und dann müsste man denn schon die drei kisten haben wie gesagt benannte orte sind immer die wo ein name dabei steht also nicht jetzt hier dann sondern da wo ein name steht und gruppenkeile geht es eigentlich am einfachsten hier gelandet direkt am anfang irgendwo leck des todes wie immer am anfang die erste kiste das war es mal komplett das ist immer schon gedanken weiter ist aber das ist als youtuber da machst du die dümmsten sachen wo du denkst oh mein gott am besten aufnahme neu starten hier denkst du jetzt dann erst die minis dann die so dann machen wir gerade ein bisschen waffekunde das dahin das hol ich so mit materialien kommen wir auch weil wir müssen uns eine rampe bauen gerade gucken was hier in der kiste drin ist ich glaube im gruppenkeile habe ich die noch nie gefunden so gehen wir mal direkt auf den berg hoch in der hoffnung dass da keiner gelandet ist aber von uns ist nur einer da dann hätten wir schon ein zwei orte okay das könnte doch ein bisschen schwieriger werden ich gehe doch einfach den berg hoch man fort meint echt stellt euch doch nicht so an das war jetzt ein scherz oder das ist doch kein zufall oder da sind direkt zweimal drin so wenn der schrot wir noch nicht schlecht also wie gesagt einen haben jetzt mein problem ist jetzt einfach dass wir quasi schon in der endzone sind gerade gucken ob hier noch eine kiste ist die noch nicht offen ist ja die große komm hier runter ich hasse das wenn du hier in die hülle geschossen wirst so versuchen wir danach noch ganz schnell zu long day zu kommen warte wie kam von da ich bin direkt raus also wenn sind da die letzten die ausgesprungen sind aber der bestehen auch da so zack das war die zweite kiste wie gesagt wenn es in einer runde nicht schafft könnt ihr auch nein ihr könnt auch in drei runden machen und einfach dreimal am selben ort an also das ist auch egal ich muss mich nur schnell mal hier hoch ich hoffe dass ich nicht runter geschossen werde das müsste eigentlich schon reichen so dann hoffe ich dass da jetzt keiner gelandet ist und tausend kisten schluft gemacht hat wie gesagt wir waren jetzt in sunny steps pressure plant und jetzt gehen wir noch schnell zu long day sieht aber gut aus und das dach ist noch geschlossen dann haben wir auch schon die drei orte drei kisten aufgabe fertig warten auf den nächsten tag hier war schon mal jetzt macht kein quatsch jetzt hoffe ich dass in einer der kleinen hütten hier irgendwo drin ist hier auch nicht macht kein blödsinn ach hier ist noch eine das wäre es jetzt gewesen jetzt kaputt gehauen so wie ihr seht aufgabe fertig drei kisten aufgemacht an drei benannten orten gerade noch die runde easy zu ende spielen gucken ob ich an der zune sterbe ich denke nicht und nein dori das war nicht mein hund weil ich besitze keinen hund das war wieder der hund von meinem nachbarn der irgendwie gerne viel zu erzählen hat aber irgendwie jeden tag manchmal steht er einfach im garten und bellt vor sich hin aber so sind hunde halt so das musste reichen ja safe so wir führen schon 12 2 sieht ja mal positiv aus in letzter zeit war ich irgendwie immer im verliererteam aber ne pump wäre nicht schlecht ach siehst du da liegt schon eine zwölf schuss ist natürlich mau oh da liegt mal ne klauhe war hier noch ne kiste tatsächlich alles am pump munition mitnehmen alles am pump munition mitnehmen kann man mein headset load stellen ich weiß nicht mir wäre ego perspektive echt lieber das war jetzt im moment wo ich mit meinem eigenen charakter mir im weg stehe ich hoffe der spiel sound ist nicht zu laut aber wie gesagt kam auch gerade erst heim ich sehe hier aber auch noch gar keinen der wird zu uns der wird auch zu uns wer hätte auch was anderes erwartet in dem moment klaut mir noch den kill ich sage ich stehe mir so oft selber im weg ich stehe mir so oft selber im weg auch kommen wir warum denn dauernd von hinten ich kann mal so hinter mir kommt einer ne ist weiter geflogen es sind hier denn einer gewesen also er will nicht nein so ja die Also ätzend ey, wenn hier 10.000 Töne kommen. Gott ey, 50 Schüsse erstmal und jenseits ey. Ach, dann geht er natürlich auf Seite. Da ist Platz. Autoaim nicht da. 71er Hit, guck mal, das war nix. So, aber wie gesagt ey, irgendwie Gruppenkeile reizt mich auch irgendwie null mehr ey. Ist schon bald genau so ein Geschwitze wie bei eins geht. Jo. Genau. Natürlich. Ist klar. Was auch sonst. Jetzt kann ich nicht sein, dass immer so viele Schüsse bei mir daneben gehen ey. Wo war der? Ein Schuss aus dem Jenseits. Oh, das war ne super Idee. Toll, da hat mir noch Deckel geklaut. Das kann nicht wahr sein ey, da konzentriert man sich mal, dass man nicht dumm rumballert. Dieses Gespringe wie so ein Känguru. So, aber wie gesagt, ich hoffe ich konnte euch helfen. Ihr wisst jetzt was ihr machen sollt. Wie gesagt, immer zu einem der Orte fliegen. Auch in einer Runde möglich. Wie gesagt, wir haben es halt so gemacht. Wir sind erst zu Sunny, dann zu Pleasure Blend und dann sind wir in den Wald geflogen. So, in dem Sinne würde ich sagen, haut rein. Lasst ein Like da. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, tut es bitte. Support ist kein Mord. In dem Sinne, haut rein. Das ist ein.